Der Feind ist dem Feind belungen, die Front in Walter-Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Stalners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Stalners ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jörg, Krebs und Buchdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Stalners war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Stalners war ein Befehl! Der Angriff Stalners war ein Befehl! Oh, meinst du das einfach getrunken? Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar er ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, niederprestiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Gestalt Feindlinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkses! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademieen zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Krabbel hält! Jahrelang hat das Militärmölle Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen nur als gespicken... Widerstand in den Weggelegt! Ich hatte gut daran getan! Von Jahren alle Höreroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, Irren Sie sich bewaltig! Eher jagle ich mir einen Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!